Ich bin Laura Grasemann, bin 25 Jahre alt, fahre Skifreestyle in der Buckelpiste und studiere molekulare Biotechnologie. Molekulare Biotechnologie ist ein super spannender Studiengang, weil es einfach unglaublich faszinierend ist, wie das Leben funktioniert. Skifreestylerin in der Buckelpiste, das ist die beste Art des Skifahrens, weil es unglaublich abwechslungsreich ist. Mit den Olympischen Spielen steht bei uns eine doch etwas teurere Saison an und die 400 Euro würden mir eben einfach helfen, die Olympische Saison zu finanzieren und eben mir da auch ein bisschen Freiheit zu geben. Ich möchte Sportstipendiatin des Jahres werden. Wähle deinen Favoriten unter bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.